In Seeterrassen gelesen. Auf Einladung des Objektleiters Seeterrassen-Waldbad Thomas Pasek las Katja Kessler, die Bestseller-Autorin am Donnerstag, aus ihrem Buch, wie ich mal mit Schatzi nach Kalifornien auswanderte. Die Ehefrau des Gesamtherausgebers der Bildgruppe Kai Dickmann gab das Buch am 1. August 2014 heraus und las an diesem Abend vor Publikum aus dieser Neuerscheinung. Kessler hatte ihre eigene Kolumne in der Bild-Zeitung und schrieb vier Jahre lang über die High Society im In- und Ausland. Die Seeterrassen veranstalten in loser Folge immer wieder Events von Lesungen über Bransch bis zum Tanz-Event.